Hallo Leute, Willkommen zu Super Mario World of Legends. Wir sind im Weltlieben bei... Was? Wieso bin ich da jetzt gestorben? Ne... Was ist da mein Hauptbesuch? Würde ich mich verarschen? Just... Ich hab euch... Aber ich weiß... So... Dann eben dann... Und... Den Roll könnte man da oben doch abgucken, oder? Jawoll! Nein, 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 nein! Das Level ist schwer... Aber wirst du... Alter, Evan drückt einen dagegen... Und cheat, cheat, alles! Cool! Oh, wenn er gerade kein Tool ist... Das hat nichts zu machen, oder? Nichts auf mein Tool, super! Ich... Ich... Wolle nicht... Meine... Okay, wer ist da Mario? Wenn du das nicht schaust... Das ist... Dann... Vielleicht... Okay, egal was ich mache... Ich... Ich gehe aber so... Dann mach ich doch... Ja... Ach komm, ich... Ich will da unten... Ich... Kuba... Ist zu beschissen... Ich... So beschissen platziert, Alter! Welche ich hätte ihn da seitdem platziert... Und können sie hier unten... ach komm warum kommen sie wieder raus und diese stellen wieder raus das find ich nicht mehr boah ich kann mir leider feinchen mal dann zu meinem Spiel so muss also noch mal auf diesen Kanten NICHT vielleicht spiele ich das Spiel auch mal mit Riesen ich gebühle sie dann meine Chance jawoll so geht das Tricksilie Tricks Tricksilie du oh wo ist das warum kann da jetzt ein Kohl hin komm runter alle Spaß hat für dich deine Mutter hat dich auch weil du verbringst wir sind wie ein Flansortel hilf was Dicke das ist nicht fair oh du wirst ich schick mal ich schick mal du wirst das ist nicht fair du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst die die klar ba ich bin durch ich bin durch ja aber hast du gar nicht die letzte passage ja so ist ja war die stelle nicht nein ah die nächste stelle wird wahrscheinlich idiotisch oh je hier muss ich einen Pilz erreichen aber mit mario sieht kaum möglich so mein wunschweiß geh da doch hoch geh doch nur daran dass du da hoch gehst ohne einen treffer zu kassieren später und mein passt jetzt auch hier oben ist ein sieg da kommt man zu hauers herne wagen aber ich bin doch nicht gut und ich lasse ne blume weg bei den schweren spieler sind doch keine blume feuerblume weg yeah wo ich reich ich hab mir jeden bonus angekommen und wovon ich hab mir mal in einem video einen bonus und irgendwie es ist gut es gibt da viele die einem helfen aber auch viele die einem die ganze arbeit noch mal machen müssen aber wenn man a drückt was passiert wenn man b drückt was soll dann passieren richtig springen und ich hab gedrückt und ich hab gedrückt und ich lieber sicher bei oder bei 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 dem haben ich sie auch Komm Zu mir dann wenigstens Ah he... Ha he... Obwohl sei es... Na... Coming in a new Emerson, der langer... Just kind scrupieren... So was das, ja? Gebra... Whoa! No no no, nee schiit, nee schiit All the other words, he's had to add he 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 hev phone als aber net vertical man nimmt doch an ich will hier nicht 30 minuten verbrauchen hallo ich will da durchmacher die kuppe ist doch so anziehen Warum Mario? Warum konntest du mich ein bisschen anstrengen? Wollt doch nur die Kamera richtig haben. Und ich will da als Große hin, jetzt reicht es nochmal. Na endlich, war doch nicht so schwer, doch fett nach. Und jetzt war's, ich hätte das nicht. Ich war jetzt wieder kurz vor dem Ende des Levels angekommen, aber dafür konnte ich mal ein und ich will eigentlich kaum was, aber ich bin trotzdem auch gern wirklich schon frei. Und wenn ich jetzt auf Mario schiebe, heute wieder, ey, das ist doch nur deine To-Do-Seuche, nicht ich. Ach, ich hasse deine Schwäche, Mario. Du bist doch doof. Lässt der Lappen sich treffen. Lässt der Gruppe nicht stechen. Schlechte 3, ich weiß. Aber ich hab keine Lust. Ich hätte wahrscheinlich schon bei 7-3 sein können. Sogar vielleicht beim Schluss, wenn das wäre eigentlich so schön. Jochen. Normalerweise werden wir noch nicht auf ihn rausspringen. Ja. Ich geh zu dazu, jetzt hab ich weiter. Helfen, jollo. Das hat geholfen. Ja du, oh. Nein. tracks сх da 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 ja du das da 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 Und da ist euch was wieder. Ich brauch doch niemand mehr. Du bist doch immer da. Fick dich. Lass mich in Ruhe. Aber und der schmeißt schon seine Babys raus. Ich. Hatten wir das Thema nicht schon mal? Nein, hatten wir noch nicht. Mal, wenn du zu fett bist. Lass mich auspumpen. Alter. Ich dachte, das tritt ihn. Danke Mario. Ich liebe deinen Fett. Äh. Das klang ein bisschen. Ich dreh einfach den Block. Das reicht mir aber. Mario zerstör. Ich zerstör jetzt den Lacketum einfach. Das reicht mir mit denen. Wenn man. Wenn man. Wenn man. Wenn man. Das macht. Das ist ja. Das ist ja. Wenn sie. Die wird Feuer gehen. Feuer bekämpft man ja mit Feuer. Bull. Den darf man nicht kennen. So kommen andere nicht. Und man kommt da auch nicht weiter, wenn man so scheiße ist. Ich bin kurz auf der Stelle, weil ich brauch's gehen zu machen. Das ist unnötig schwerer Film. Oh yeah, Mario, wir cutten. Normalerweise reicht hier in jeder Pixel. Dann wird der Spaß einfach gespendet, Mario oder Lüdi. Die werden man sich für ihn einfach getroffen. Wie scheint, war Marios Pixel noch nicht so? Das wird er alles erklären. Warum er so fett ist, warum er keine Hobbys hat. Warum ihn seine Mutter verlassen hat. Genau. Seine Mutter hat ihn einfach verlassen. Sie dachte, er wäre eine Fehlgeburt. Eindeutig. Ein Baby schon mit einer Snoha. Bestimmt schon eine Fehlgeburt. Aber jetzt, ich mach mir wirklich da geluchtet. Ey, ich hab gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich hab gedrückt